Der Insel Sylt Tourismus Service sucht für die diesjährige Saison 2018 noch Rettungsschwimmer in Vollzeit. Betreut werden die Strandabschnitte zwischen der Nordseeklinik und der Sansibar. Es gilt die Sechstagewoche, Wochenendarbeit wird vorausgesetzt. Interessierte müssen das Rettungsschwimmerabzeichen in Silber und einen aktuellen Nachweis an der Teilnahme eines Ersten-Hilfe-Kurses mit dem Zusatz Herz-Lungen-Wiederbelebung vorweisen. Zudem müssen Vorstellenantritt, ein Zeitschwimmen und eine Brandungsprüfung abgelegt werden.